Und damit ein herzliches Willkommen zu meiner neuen Folge. Äh, Kessel Crush? Äh, okay. In dieser Folge werden wir versuchen, ein, zwei Matches zu machen und diese Truhen zu öffnen, öffnen, öffnen. In einer einzigen Stunde und 15 Minuten werden wir so lange spielen, bis wir diese Win-Crow-Chest haben, öffnen wir als allererstes Free-Chest. The Free-Chest. Nichts Neues, aber einen Upgrade. Äh, die Silberkiste. Oh. Yes, Mann. Endlich, der Henker. Leute, ihr wisst gar nicht, wie lange ich darauf bete, den Henker zu finden. Ohne Witz. Der Henker, der macht Flächenschaden. Der Henker ist einfach so richtig nice. Wirklich. Henkerlein, Henkerlein, Henkerlein. So, Leute. Der Henker, 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 Henkerlein, kommt für... Ork-Krieger oder Golem. Henkerlein, Henkerlein, ich wage zu bezweifeln, dass du gut aussehend bist. Gut. Gut. Was gammel... Gammel ich auch in der Ecke, wo kein WLAN ist. Leider, leider. Da ist ein Gegner. Krimi-Place. Plates. Ne, Krimi-Plates. Das ist ein Name. Wirrw-Wirr-Wirr-Wirr-Klig. Das tun kannst. Jut, jut. Das darf ich mir davor auch, auch, auch. Von daher. Tschüssi, tschüssi, tschüssi. Tschüssi, tschüssi, tschüssi. Stirb. Stirb. Ja, nee, ist klar. Die habe ich doch gar nicht gewählt. Aberross gespürt. Ah! Oh, oh, oh. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Vielen Dank.